Mathe Painting Eine Reise durch die Filmgeschichte. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Mathe Paintings. Ob du nun ein erfahrener Filmfan bist oder einfach neugierig auf die Magie hinter den Kulissen, dies ist genau das Richtige für dich. Also, was genau ist ein Mathe Painting? Es ist eine Technik im Film, mit der Landschaften oder Kulissen erschaffen werden, die entweder unmöglich oder zu teuer zu bauen wären. Lass uns nun eine Reise in die Anfangszeit unternehmen. Früher wurden Mathe Paintings von Hand auf große Glasplatten gemalt. Diese oft unbesungenen Helden der Filmgeschichte nutzten ihre akribische Pinselführung, um atemberaubende Hintergründe zu erschaffen. Stelle dir nur mal die Geduld und das Können vor, die nötig waren, um jedes winzige Detail perfekt hinzubekommen. Spulen wir vor in die Ära der Computergrafik. Mit dem Aufkommen digitaler Werkzeuge hat sich das Spiel komplett verändert. Programme wie Photoshop, Maya und Blender wurden zur neuen Leinwand und zu den Pinseln für moderne Mathe Painter. Die Präzision und Flexibilität, die diese Tools bieten, sind einfach überwältigend. Eine Technik, die sehr beliebt geworden ist, ist das sogenannte Fotobashing. Dabei werden mehrere Fotos und digitale Texturen kombiniert, um ein nahtloses, hyperrealistisches Bild zu erzeugen. Es ist schnell, effizient und liefert beeindruckende Ergebnisse. Wie schneiden also traditionelle und moderne Techniken im Vergleich ab? Traditionelle Mathe Paintings sind eine eigene Kunstform, die unglaubliches Können und künstlerisches Talent erfordert. Andererseits bieten digitale Werkzeuge grenzenlose Möglichkeiten und können kosteneffektiver sein. Beide haben ihre Stärken und viele moderne Künstler mischen beide Methoden, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Mit Blick auf die Zukunft ist die Entwicklung des Mathe Paintings unglaublich spannend. Fortschritte in den Bereichen KI, Augmented Reality und Virtual Reality verschieben ständig die Grenzen des Möglichen. Stell dir vor, du könntest komplett immersive Welten erschaffen, in die du eintauchen und die du erkunden kannst. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, das war's. Ein kurzer Ausflug in die Welt der Mathe Paintings. Von Glasplatten bis hin zu kalten. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Gefällt mir dazulassen, wenn du mehr über die Magie des Filmemachens erfahren möchtest. Bis zum nächsten Mal und lass deiner Fantasie freien Lauf. ... ... ... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR